Musik Meine Eltern hatten ein Restaurant und wir hatten nie Zeit für Urlaub. Also wir konnten halt nie irgendwo jetzt mal zwei Wochen irgendwo hinfahren. Und deshalb war es Pflicht, dass wir jedes Jahr wirklich, seitdem ich ganz klein bin, waren wir jedes Jahr einmal im Europapark für drei Tage. Und das war echt, das ist einfach irgendwie schon speziell. Vor allem jetzt heute sind die Eltern auch mitgekommen. Und das ist für mich das erste Konzert 2011. Und deswegen ist das, es kommt alles gerade so zusammen. Und das war auch cool heute, wir waren auf der Achterbahn. Und dann habe ich mir auch gut die Seele aus dem Leib beschrieben. Das ist so schön. Voll cool. Also war richtig alles schön aufgetaut. Das habe ich mir so gewünscht. Ein wunderschönes Ambiente. Das ist so ein gewisser Schwung Romantik auch mit drin. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017